Dieses Paar war siegreich gleich in der ersten Qualifikation der Youngsters. Der nächste Diarado-Typvolle. Diarado-Nachkomme, Mutterseite, mit dem leistungsvoll Blut, über den Narev, Dynamit Nobel KW, mit Alexa Stace. Oh, die schieben ähnlich wie in der ersten Phase gleich mal los, die wollen hier natürlich ihren Erfolg, den sie ganz zu Beginn des Turniers hatten in der ersten Qualifikation, wenn möglich, jetzt noch mal wiederholen. Und auch wenn sie da leicht anklopft, ihr Strahlen verrät es. Boah, eine super Runde. 25,22 Sekunden gegenüber Patrick Strümeier. Ja, drei Sekunden und wir reden von einer Phase, die sie dort schneller war. Einfach top, das muss man sagen. Interessant, eben dieser Diarado vom Gestüt, Nordvormann gezogen, Diarado, dann, ich hatte ein Video mit dem Großartigen.